Das kann nämlich Südosten kann doch nur heißen, dass ich hier unten irgendwo bin, aber ich bin an keiner großen Stadt. Vielleicht bin ich hier an Tulga, aber die wäre auch noch zu groß. Vielleicht bin ich eher hier so in der Ecke. Leider bringt mir der Kompass auf der Karte nichts, weil ich den da nicht noch mit einsetzen kann. Das fehlt noch, dass ich, wenn ich die Karte aufrufe, auch noch den Kompass aufrufen kann, um meine Position oder meine Blickrichtung bestimmen zu können. Wobei das auch schwachsinnig ist, weil die Karte ja schon nach Norden, Süden, Osten, Westen aufgeteilt ist, aber trotzdem, ich hätte es gerne. Einfach nur, weil ich es haben möchte. Oh wei, wo zur Hölle geht? Ich könnte natürlich auch ganz links irgendwo sein, wenn ich ja jetzt nach Osten laufe, ne? Ja, Performance-mäßig ist das auch noch nicht so ganz geil. Aber, was nicht ist, das kann noch werden, sagt man ja immer so schön. Ich habe auch herausgefunden, wenn man hier das Numpad benutzt, kann man mit den Zahlen die entsprechende Blickrichtung ändern. Zum Beispiel 7, 4, das ist 4, das ist die 1 und andersrum eben die 9, die 6 und die 3. So kann man halt, als wenn man selber, also wenn man sich das Numpad anguckt, selber die 5 ist und dann eben dementsprechend die Blickrichtung betippt. Das finde ich ist auch eine ganz nette Idee. Allerdings, wenn man die ganze Zeit mit der Hand oder der Maus ist, ein bisschen schlecht zu erreichen. Oh, da hinten ist was und da sind Taschenlampen. Das sind Taschenlampen. Ich hoffe, Faker, also Fake-Taschenlampen-Lichter, die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Die sind immer da in einer Position, aber ohne irgendjemanden. Ansonsten müssen wir uns wieder unserer Axt, mit unserer Axt da aushelfen. Einzig Positiver auf mich wurde noch nie geschossen. Also, ich wurde immer durch eine Axt ermordet. Noch nie durch Schüsse. Also, immer wenn die Leute Waffen auch dabei hatten, haben sie die Axt benutzt, weil sie keine Munition hatten. Und so geht es mir eigentlich auch immer. Ich habe immer Waffen, aber keine Munition. Oder die falsche Munition. Wie jetzt eben auch, dass ich diese Slugs habe. Hier. Punkt 45 ACP. Die für Pistolen oder eine M1911 sind. Und jetzt fragt mich bitte nicht, was ist eine M1911? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. So. Dass da hinten jetzt natürlich Schatten ist, ist schlecht. Beziehungsweise, dass da hinten so ein Taschenlampending ist, ist schlecht. Bedeutet nämlich, dass hier schon jemand war. Und da liegt auch eine Leiche. Ich schleiche mich mal an. Das muss von drinnen kommen. Da seht ihr das. Also, hier ist keiner mit einer Taschenlampe. Und trotzdem ist der Schein noch da. Meine Vermutung ist, dass da jemand war. Und sich dann ausgelockt hat. Und der Server aber noch nicht realisiert hat. Beziehungsweise, dass er es noch nicht realisieren kann, dass derjenige dann nicht mehr da ist. Aber das Ding hier ist auch leer. Hast du noch irgendwas, mein Freund? Nein. Von dem Ding kann es ja schlecht sein, oder? Oder doch. Das kann natürlich auch sein. Aber im letzten Mal hatte ich wirklich so einen Lichtkegel von einer Taschenlampe aus einem Haus raus. Also das weiß ich zu 100%. Das ist alles leer. Das ist echt grausam. Und die Fliege nervt mich. Die erschreckt mich die ganze Zeit. Apropos Fliege. Ich hatte ja mal erzählt, dass wenn so Fliegengeräusche sind, dass ein Hinweis auf tote Leichen ist. Das soll wohl momentan zumindest noch nicht so sein. Das war bei der Mod. Oder bei die Mod. So. Ihr wisst, was ich meine. Aber hier wohl noch nicht. Angeblich. Ich weiß es nicht. Ich kann immer nur das erzählen, was ich irgendwo lese. Und ob das dann natürlich stimmt, kann ich nicht bestätigen. Dafür seid ihr ja dann da, mir auszuhelfen. So. Oh, da hinten die Häuser waren alle leergeräumt. Vielleicht finden wir da vorne etwas. Ich bezweifle es leider, aber man weiß ja nie. In den großen Städten sollen immer viele Plünderungsmöglichkeiten vorhanden sein. Allerdings kann ich nicht sagen, ob ich da überhaupt hin will. Ich war ja mal in der großen Stadt und wurde direkt von einem mit einer Axt bedroht. Dementsprechend misstrauisch bin ich dem Ganzen dann. Der hat aber auch keine Sekunde gezögert. Also ich war da mit der Taschenlampe unterwegs, war halt dunkel. Und er hat wirklich keine Sekunde gezögert, auf mich einzuhauen. Er hat quasi hinter der Tür auf mich gewartet. Ich habe die Tür aufgemacht, er hat da gewartet und mich sofort abschlagen wollen, wegschlagen wollen. Nur durch meine enorm schnellen Reaktionen konnte ich dem dann noch ausweichen. Das ist eine Tankstelle. Tankstellen sollen immer ganz gute Orte sein, wo man was findet. Aber so wie ich das hier mitbekomme, ist hier alles geplündert. Ach, da komme ich rein. Tja, hier ist echt gar nichts mehr. Man weiß jetzt leider auch nicht, wie lange der Server schon offen ist. Das ist immer so eine Risikosache. Aber so viele Leute sind auch nicht mehr auf dem Server. Ist also auch relativ unwahrscheinlich, dass man dann jemanden hier findet. Und wenn, würde ich mal behaupten, findet man sie eben in den großen Städten. Wo auch die großen Plünderungsmöglichkeiten sind. Deswegen dümpel ich hier so ein bisschen durch die Dörfer. Auch wenn es vielleicht etwas langweilig ist. Ich sehe ja sowieso keine große Stadt, also bietet sich mir diese Möglichkeit gar nicht. Ich will aber dann doch mal rüber zur Tankstelle. Ja, was soll noch kommen? Ich hatte ja mal angefangen, darüber zu reden. Boah, hier sehe ich ja gar nichts. Tausch mal eben bitte auf die Taschenlampe. Autos hatte ich glaube ich schon gesagt. Man soll Gebäude bauen können. Also wer zum Beispiel die Filmserie The Walking Dead kennt. Woher ja auch diese ganzen Zombiespiele jetzt so mit der Zeit entstanden sind. Eben durch diesen Hype. Glaube ich zumindest. Also ist mir zumindest aufgefallen, seitdem eben diese Serie so hypt, hypen auch die Spiele darüber. Und seitdem gibt es dann auch auf einmal ganz viele Filme darüber. Zum Beispiel hier mit dem Brad Pitt war das glaube ich. Der hat ja auch World War Z gemacht. Also Weltkrieg der Zombies. Irgendwie sowas. Ich habe den gar nicht gesehen, den Film. Wollte ich eigentlich mal gemacht haben. Soll gar nicht so schlecht sein. Aber seitdem hypt das so ein bisschen. Und vor allen Dingen momentan wieder ganz viel Sci-Fi. Ganz viel Sci-Fi im Kino. Hallo, springen! Springen! Alter, du sollst springen! Ich kann gerade nichts machen. Okay. Dann eben nicht springen. Ich will gar nicht wissen, wo ich eigentlich gerade noch bin. Laut Server.